Jaja, weißt du das? Hey Leute, es ist wieder der Benni und der Haubner von den Two Epic Buddies zu einem neuen Video von uns und wir möchten heute einfach mal über den großen Schwanzvergleich, den es ja fast in jedem Spiel gibt, reden. Also über die One vs. One, dass sich jeder immer messen will oder messen muss quasi, wer da besser ist. Über das wollen wir heute einfach mal reden. Im Hintergrund läuft irgendein DNA-Streak-Game von uns. Wir zeigen übrigens nur eigene Gameplays. Das wird ja auch immer wieder gefragt, weil keine Ahnung, für uns ist das einfach so eine Sache. Wir wollen unsere eigenen Gameplays zeigen. Und ja, ich würde sagen, Haubner, möchtest du starten? Ja klar, auf jeden Fall. One vs. One. Ihr kennt es ja immer wieder in den ganzen Public Lobbys, wenn man Streit mit irgendeiner Person hat oder so, dann sagt man gleich One vs. One, One vs. One. Und ja, dann kommt es halt meistens zu einem One vs. One und wenn man dann gewinnt, was bringt es einem eigentlich? Im Grunde gar nichts. Man weiß vielleicht, dass man besser ist als andere, aber die Leute nehmen das viel zu ernst. Ihr spielt doch das Spiel nicht, um der Beste zu sein. Es gibt immer irgendjemanden, der besser ist als ihr. Selbst und keine Ahnung. Da chill ich lieber und hab meinen Spaß daran. Aber einige nehmen das anscheinend richtig ernst, weil das kommt wirklich so oft vor. Das ist unglaublich. Auch in anderen Games. Also es ist ja nicht nur da. Man sieht es auch in Minecraft, dass es richtig viel One vs. One gibt. Weil da einfach jeder wissen will, wer ist besser, wer ist besser. Da geht es überall nur, wer ist besser, wer ist da besser. Und eigentlich sollte es in so einem Game oder in COD nur um den Spaß gehen. Also ich kann mich dann noch ganz früher daran erinnern und wie ich noch ein bisschen jünger war, das war glaube ich zu den MB2-Zeiten. Da war ich ja auch so in kleiner Suchte und da gab es das bei mir auch öfter mal, dass irgendjemand dann abgefuckt hat und dann ja komm, lass One vs. One machen und so. Just for fun. Und ja, mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ihr wisst ja, Hobner und ich haben ja sogar eine eigene Serie, Benni vs. Hobner. Also nur in dieser Serie meine ich jetzt. Nicht falsch verstehen. Hashtag noch Homo. Hashtag noch Homo. Für uns geht es auf jeden Fall auch nur um den Spaß. Ihr wisst, ich verliere meistens nicht. Ich sehe es selbst ein, Hobner ist besser als ich. Aber bei uns geht es halt um den Spaß. Es macht halt einfach Bock. Natürlich ärgert man sich. Das ist klar, wenn man mal verliert oder so. Aber man freut sich dann umso mehr, wenn man doch mal dem anderen ein bisschen geben kann, wenn er ein bisschen kassiert oder so. In der Hinsicht ist es immer witzig und man sollte es einfach immer als Spaß sehen. Keine Ahnung. Und nicht zu ernst nehmen. Für mich geht es dabei meistens auch nur, okay, zwischen Freunden machen wir mal das ein oder andere Duell oder so. Und keine Ahnung. Ja. Ja, das ist ja mittlerweile. Also unter Freunden macht es auf jeden Fall richtig Bock, weil man da nicht so ernst nimmt. Das kennen auch die meisten Leute so von FIFA, wenn die so ein kleines Turnier zu Hause machen oder so. Wer gewinnt da? Da spielt immer jeder 1 gegen 1. Also es macht schon Bock so. Genau. Bei manchen Spielen macht es auch wirklich Sinn, weil bei FIFA zocken die meisten nur 1 vs. 1. Da gibt es ja auch so einen Teammodus zum Beispiel. Aber ich glaube, das zockt keiner, oder? Ähm, ne, ich glaube nicht. Keine Ahnung, ne. Also wo man da jetzt so fünft in einem Team ist und... Ja, ja, genau. Aber es ist weniger, glaube ich. Ja, okay. Gut. Nicht, dass ich hier Bullshit lauhe. Ne, ne. Also es wird schon gezockt, aber auf jeden Fall nicht ansatzweise so viel wie 1 gegen 1 und so. Und zum Beispiel, wir haben ja letztens dieses Snapper-Duell in Black Ops 2 gemacht. Und da habe ich zum Beispiel das ein oder andere Mal so einen Haubner gemassert oder so. Oder dann einen Hardscope gemacht. Das sind einfach diese Sachen, die sind einfach witzig, wenn es den anderen einfach richtig abfuckt. Und das sind dann einfach so Dinge, das ist, keine Ahnung, wenn du gegen einen Randy spielst, dann willst du auch alles mögliche machen, um ein bisschen abzufucken. Und genauso ist es da beim 1 vs. 1 zwischen uns auch öfter. Da gibt man sich mal das ein oder andere Mal so ein kleines Späßchen, um den ein bisschen zu ärgern. Das gehört einfach kurz an. Das war ein Mist. Das ist, oder das Beste war dann, dass du dann mit dem Fisteln, mit dem Exo-Stim-Modus Boah, das hat richtig abgefuckt. Oh, das war so der Abfuck. Du hast mich, glaube ich, teilweise sogar davor angeschossen, damit ich One-Hit war. Ne. Ja, weil du ihn daneben geschossen hast. Ja, neben aber. Ich glaube, deine Absicht war, dass du mich abschießt, damit ich dann One-Hit war. Das war bestimmt deine Absicht, 200%. Ne. Oh, da. Ja. Das habe ich gesehen. Hallo. Ich wollte dich nur ein bisschen einschüchter. Ja, genau. In einem Duell muss man Angst und Schrecken verbreiten. Na. Also. Okay. Na dann. Ja. Sonst, was gibt es noch viel zu sagen? Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Außer, dass man zu viel Rage, wenn man es so ernst nimmt und da wirklich einiges fliegen könnte. Also, ich glaube, einige von euch haben da schon so das ein oder andere Gerät geworfen. Einen Controller vielleicht, vielleicht eine Maus oder eine Tastatur zerstört. Also, man sollte es wirklich nicht so ernst nehmen. Ist ja wirklich so. Also, das habe ich bei dir auch schon öfter gehört. Da gab es mal eine ganz witzige Szene. Da habe ich richtig gehört, über TeamSpeak wie bei Hobna, die Tastatur, die Tasten rausgeflogen sind. Weil er da so geraged hat. Das war aber, glaube ich, bei Minecraft. Das war bei Minecraft. Wirklich. Die Tastatur genommen und auf den Tisch geschmettert, bis die ganzen Tasten, wirklich die Tasten, durch den Raum fliegen. Ja. Ja und? Da habe ich gesagt. Aber das Schlimme war, es war bei Minecraft und nicht mehr bei COD. Nicht mehr bei COD rage ich so. Ja. Ja. Kann passieren. Das Ding ist ja, speziell in Call of Duty gibt es auch noch so viele Dinge, die abfacken, die dann beim One vs. One noch viel ärgerlicher sind. Ich kann mich da speziell noch zum Beispiel in Black Ops 2 erinnern. Bei Nuked sind die Headglitch-Autos und so. Boah. Die sind schlimm. Ey. Ohne Scheiß für sowas kann man dann echt ausrasten. Das ist einfach so der Abfack. Ein Headglitch-Auto, wo du irgendwo nicht durchschießen kannst. Der andere hat einfach so die bessere Pose. Und boah. Das ist mega Abfack. Ach so richtig. Sonst gibt es noch was zum One vs. One zu sagen. Außer, dass man es nicht so ernst nehmen soll. Sonst wird alles zerstört. Ja. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal reinschreiben, wie ihr das so mit dem One vs. One seht. Macht ihr das oft? Macht ihr das nur zum Spaß? Oder macht ihr das wirklich so, wie es wir vorhin mal erwähnt haben, dass ihr da im Public irgendwelche anderen Leute zeigt, um euch irgendwie zu beweisen, wer besser ist? Was bringt euch das dann, wenn ihr das wisst, wer besser ist? Und ja. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, war es das. Wenn euch das Video gefallen hat, dann spritzt mal wieder den Like-Button ab. Zeigt einfach mal einen One vs. One gegen euren Kumpel und guckt wer besser ist. Vielleicht fliegt er da einen Controller oder so. Und ja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.